Willkommen beim Pferde-Quiz. Es ist ganz einfach zu spielen. Sie haben 10 Fragen, 3 Vorschläge und 10 Sekunden Zeit für die Beantwortung. Jetzt liegt es an Ihnen, Ihr Wissen über die Welt der Pferde zu testen. Bist du bereit, mit dem Kamak zu spielen? Aus welchem Delta kommt er? Von welcher Rasse ist er wahrscheinlich der Nachkomme? Mit welchem Vogel geht er manchmal eine Symbiose ein? Wie alt werden manche Pferde dieser Rasse? Welche Voraussetzung ist für die Eintragung in das Zuchtbuch zwingend erforderlich? In welchem Alter erreicht es die Reife? Was ist das Besondere an den Fohlen dieser Rasse? Welche Aktivität rettete die Rasse vor dem Aussterben, das unausweichlich schien? Was bedeutet das Wort, Manade, das direkt mit der Rasse verbunden ist? In welchem Land war er der Urheber der Entstehung einer anderen Rasse? Welches Ergebnis haben Sie erhalten? Hinterlasst es gerne in einem Kommentar. Möchten Sie sich verbessern? Besuchen Sie den WebEquitation-Kanal, wo Sie alle Antworten in sehr informativen Videos finden.